ja hallo leute ich grüße euch recht herzlich zu diesem lauf alles winde das ist der maße recht ich hoffe ihr hört mich ja das ist mein 169 der lauf in folge montag der 19 februar und ich muss sagen trotzdem dass es hier so kalt und dermaßen windig ist freue ich mich dass ich jetzt kurz die füße mehr vertreten darf und zwar ich bin von mir daheim bis hierher knapp 600 kilometer gefahren ich bin nämlich gerade in österreich bei nicht kirchdorf sondern auch was mit dorf glaube ich blinds mal ein mir fällt es gerade nicht ein heildorf weindorf ich weiß nicht egal so ganz grob in der nähe von salzburg bisschen weiter weg weshalb ich jetzt aber das video mache ist ein kleines update zu meinem long run von gestern sonntag diese 15 kilometer ich hatte daher so ein bisschen bedenken ob ich das gut überstehe weil ich daran danach so schlecht geschlafen hatte so wenig und schon relativ müde war und ja und der vergleich auch zur woche davor wo ich am samstag den long run gemacht habe mit 14 kilometer wo es mir da danach so schlecht ging wo mein pult so hoch ging und von daher geschwind so ein kleines update gucken wo ich da hinlaufen ja also wie gesagt gestern der lauf die 15 kilometer die habe ich sehr sehr gut weggesteckt habe eigentlich gar kein problem jetzt vom puls her ist auch alles in ordnung also bin echt zufrieden der lauf war gut gestern mir ging es gut heute mir geht es auch heute gut keinerlei probleme mit den gelenken mit den knochen also rundum alles gut eigentlich und ja die letzte woche die 14 kilometer weiß nicht da war vielleicht sonst noch irgendwas warum dann der pult so hoch war am montag keine ahnung guckt mal die berge und auf der anderen seite auch die berge ja also wie gesagt ist das war eigentlich schon das kurze update dass es mir soweit gut geht alles top ich bin sehr zufrieden und wie gesagt jetzt heute 169 lauf in folge das gibt aber nur kurze lauf denken mal vor allem möchte ich denn jetzt auch absolvieren weil ich fahrzehn eine halbe stunde wieder heim oder stunde dass ich den lauf absolviert habe dass ich nicht nachher im regen laufen muss weil es könnte sein wir bekommen noch regen also heiligen kreuz bin ich jetzt hier heiligen kreuz ja nicht denke ich schlafe jetzt einmal da gibt es sogar noch weiße berge die hinder schnee dahinter also jetzt schalte ich mal aus dann lauf ich mal meine tour dass ich meine zwei kilometer habe dann melde ich mich nachher nochmal bis dann so jetzt habe ich mittlerweile mein streak eigentlich soweit erfüllt 1,6 kilometer beziehungsweise 1,7 habe ich fast ich weiß auch wie das hier heißt micheldorf kann man sich eigentlich gut merken von michel aus lönnedorf lönneberga michel aus lönneberga lönneberga und das hier ist micheldorf manchmal nicht so einfach ja wie gesagt ich habe jetzt so 1,7 1,8 kilometer jetzt laufe ich so langsam wieder zurück ans auto der lauf hier sollte ja eigentlich nur zur sicherheit sein weil ich nicht weiß ob es heute noch regnet weil wenn man die wolke sich so anguckt könnte es schon sein und wenn ich jetzt den strik heute gelaufen habe dann habe ich den beendet dann kann es mir regnen oder auch nicht können mir egal sein ich bin jetzt noch gute sechs stunden unterwegs richtung heimat ja und je nachdem gehe ich vielleicht nachher nochmal eine kleine runde laufen muss ich mal sehen tut immer gut wenn man im auto sitzt und fährt dann ab und einmal eine pause macht anstatt die füße vertreten kann ich sie auch verlaufen so jetzt laufe ich noch ein bisschen aus diesem micheldorf raus dann geht es da über so eine art hauptstraße drüber und dann geht es wieder zurück ans auto nicht denkbar ja so knapp vier kilometer habe ich dann und das reicht mir dann auch im prinzip wollte ich euch ja auch noch mitteilen es geht mir gut meine knochen geht es gut nach den 15 kilometer und ich freue mich schon auf nächstes wochenend da kommen dann die 16 kilometer so also dann melde ich mich nachher nochmal gell so kurz bevor ich am auto bin ja jetzt gerade wenn der wind nicht geht ist es eigentlich angenehm zu laufen dann ist es auch nicht so kalt aber vorher ging so ein richtig herber wind und das war auch nicht so angenehm jetzt dürfen wir da auch geschwind warten jetzt sind nämlich die schranke unten ah da kommt ja schon der zug ja dann hoffe ich dass es gleich weiter geht und da kommt ja von der anderen Seite nochmal einer ja sie gehen hoch also auf weiter gehts jetzt bin ich gleich wieder meinem auto dann verabschiede ich mich schon mal hier ja das dürfte jetzt so knapp vier kilometer sein für meinen Strikern reicht es ja dieses tägliche laufen da brauche ich 1,61 Kilometer ja und das habe ich von daher würde ich sagen ich verabschiede mich jetzt von euch ich hätte eigentlich auch gern ein bisschen mehr gemacht aber zum einen habe ich Hunger muss jetzt gleich noch was zum essen mehr holen zum anderen ja ich muss jetzt auch noch heim fahren 600 Kilometer und vielleicht laufe ich ja nachher nochmal irgendwo aber ich glaube es eher nicht also dann verabschiede ich mich von euch wünsche euch noch eine schöne Zeit bleibt gesund und bis zum nächsten Video auf diesem Kanal kommt wieder Outerle und von der anderen Seite auch nochmal einer den lassen wir noch durch dann laufen wir dem hinterher über die Bahnschiene drüber ja dahinter steht das Auto bei diesem Möbelix Möbelhaus was das da ist und ich verabschiede mich jetzt endgültig für heute also ciao, ciao wauw